ja hallo leute wir sind es mal wieder ich und der heiko und ja wir sind jetzt nach der sommerpause wieder mal bereit dazu ein neues video zu machen es war ja schweine heiß genau und wir sind jetzt in den königshainer bergen unterwegs und werden ja mal schauen ob wir heute wieder was cooles für euch entdecken und abdrehen können seid gespannt was passiert also wir sehen uns gleich wieder so jetzt muss ich kurz überlegen, wo geht es lang, ich bin mir nicht mehr ganz sicher ach das war diese ganz bescheidene stelle hier ja ja ich genau da bin ich letztes mal auch nicht hochgefahren so warte er muss schon warten so jetzt kannst du ja das ist halt hier ein bisschen enger ja hier bist du oben dann ja ich weiß du musst damit aufpassen so jetzt sind wir oberhalb jetzt sind wir oberhalb vom ersten steinbruch vom feinsten hier muss ich mal ganz geschickt das ist schon krass jetzt gehts weiter jetzt wirds ja schon vermischt machen ja ja und ja Das war's. pass auf hier, entweder du kannst hier hoch, glaube ich, wie du letztes mal gefahren hier hoch, oder fährst du dann an den Baumschall rum, pass auf ja, warte kommt der jetzt drauf an, wo ich lang muss rechts oder links, ist mir egal, man fährt rechts am besten, wenn du willst sauber sollst du rumdrehen? ja, aber ganz schwierig ok, glaubt man gern ich glaube, obwohl ich hier lang gefahren bin, um das genau zu sagen so genau, das ist der große ich hab dich genau drauf sauber da feilste so, und jetzt geht's weiter ja, jetzt wird's früher halt warte, 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 warte warte, 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 meine Freunde, ich muss mich ja noch filmen ja, ne, ich ja aber ich muss ja selber hinterher kommen das erste Stück geschafft das erste Stück geschafft die riechen ist aber die riechers letzten, wo die hoch gekommen sind aber nonno was ist denn oh krass ne übelst geile aussicht ja da kannst du mal runter gucken ach geht das wieder los ich mach das wie ich immer mache du bist dran sieh doof das ist auch cool, aber das wäre mir nicht ja, siehst du, da kommt einer und klettert auch noch klub, weiter geht es ja nie, hier ist dann Schluss kannst du nicht weiter rum, habe ich schon mal probiert ja, das stimmt nicht am feinsten du kannst ja dort hochfahren, ich fahre hier hoch das ist geil, ansonsten lasst du jetzt von hier kommen das ist geil, ne? ja haha hehehe 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 das ist auch das das ist das ist das ist das ist das ist du das ist Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Na super, schützt mir genau den Ast davor. Ja, hier sind wir vorher hoch. Ja, das war auch mein Problem. Letztes Mal noch. Hat geklappt? Ja. 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 das ist schon geil die kulisse hier ist schon der wahnsinn kann man nicht anders sagen das können wir zurückschieben ja, fahr mal vorne rechts, äh links, dann passt das wenn ich hier runter tue, kommst du los in den Ort rein voll, passt, das war jetzt geil, das war absolut hohrgeil ja hier ist ein weg, hier ist ein weg ja... ja ja ho-ho-ho Oh my god não stat! Oh my godない start Oh 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 oh! Oh my god nem stat! A rank in' 경우 Oh 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 A rank in los stat! A rank in' 경우 A rank in' 경우 Da fahre ich doch locker drum rum. Da fahre ich doch locker links rum. Da fahre ich doch locker. Ja, da fahre ich schon. Da fahre ich doch locker. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020